Musik So, guten Morgen. Nachdem ich jetzt gestern ein bisschen weiter gefahren bin, als geplant, nämlich bis Simrisham, bin ich jetzt um halb zehn schon fast in Kiwik. Ich bin heute um viertel vor neun Uhr losgefahren und da hat es bereits 25 Grad gehabt. Die Sonne scheint wunderbar. Ich habe einen leichten Gegenwind und es sollen wieder 30 Grad werden heute. Also muss ich wohl viel trinken. Ich möchte fahren bis nach Aarhus oder vielleicht sogar ein bisschen weiter. Rund um mich herum herrliche Getreidefelder. Jedes Land hat seinen Schweineberg. Musik Der Hafen von Kiwik Es kann natürlich auch sein, dass der Weg plötzlich auf einem Kiesweg weitergeht und das über viele Kilometer. Musik Oder an wunderschönen Buchten entlang oder diese überquerend. Musik Das ist Orte der Hafen von Kiwik Musik Und das habe ich mir verdient. Musik Ein langer Tag endet. Musik 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 Musik